eine leichte modifikation des bettes mit einer weiteren stütze da hier noch ein scharnier ist und sich das sonst bei belastung durchbiegt auch ganz wichtig ordnung muss sein silkes seite meine seite und garner in der mitte beziehungsweise überall und damit das ganze auch von außen noch ein bisschen cooler aussieht haben wir uns mal was besorgt und das ganze so 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 so